Hier ist eine Tür, die betreten wir mal. Hier ist auch ein Schalter, seltsam. Alles hängt mit dem Ende an. Was mag dieser Spruch bedeuten? Äh, da muss man lang. Okay, gut, dass ich im Teleport nicht erwischt werden kann. Also zumindest am Anfang, so wie jetzt. Außer durch Zauber natürlich. Ja, die können mich immer noch erwischen. Das ist auch noch der Seraphim. Dann erwartet. Wunderbar. So schnell kann es gehen. Wo sind wir hier? Die Tür. Auch ein Schalter. Dann was bedeuten die? Drohnen. Eine Wechselpuppe. Was ist das für ein Scheiß? Ein Drachensteak. Lecker. So, da ist noch eine Tür. Aber gar kein Plan. Aber alles hängt mit dem Ändern. Wahrscheinlich bezieht sich das da drauf. Und wahrscheinlich den letzten Schalter hier ganz am Ende der Welt drücken müssen. Und den dann nach vorne arbeiten müssen. Dann den letzten Schalter an dieser Anfangstafel drücken. Und schubs, geht da eine Tür auf. So habe ich das Rätsel verstanden. Äh, hier ist noch eine Tür. Da ist eine Truhe. Eine Fragezeichenrüstung. Wusstest du, dass da noch 1 muss kommen? Also, wo ist mir eine Ruhnflasche? Da, neun Stück haben wir noch. Geierrüstung. Also, was wäre da für den Sonic? Aber nicht im Team ist. Brauchen wir es überhaupt nicht auszurüsten. Oder kann das... ...jemand anders ausrüsten? Wo haben wir es? Nein. Ja, man. Der kann den Panzer aber auch ausrüsten. Nö, also gut. Scheiß drauf. Ah, hier. Ja, meine Theorie war hier richtig. Dann haben wir hier den Schalter gehabt. Jawohl. Das heißt, jetzt kommt der nächste, der da hinten im Raum war. Das Auge, das ist jetzt hier wohl ein Witz. Vielleicht nochmal. Bäm, 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 bäm. Moment, das war jetzt... ...Volayla. Vielleicht nochmal. Aber diesmal ein bisschen besser. Versprochen. Ähm... Kutze Affen? Und los. Bäm, 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 bäm. ja wohl und normal ist schwer das ist so schwer das ziel mal miteinander zu sagen dass es auf dauer okay jetzt den schalter da unten waren nichts jetzt muss man hier und hier war nämlich auch einer drin ja wohl doch schon der rätsel hier aber zu viele monster was soll ich mich beklagen ja von hinten kann man auch gut also quasi zum gegner und auch immer angreifen sehr gut er ist alle drei und dann hat so und wir weit waren die gelegenheit und wieder mal ein kieferungung zu schützen wohl der einzige der nötig hat ja man vielleicht auch alle 50 kämpfe das hat man mit einem weggefuttert bin ich geil sauber sind immer eine geile methode um mal schnell einen schluck zu trinken muss ja bei kräften bleiben so jetzt den schalter jetzt hier wieder runter und den schalter jawoll sicher ist sicher kommen du solltest mal wieder einfach mal heilen und war mal die orange muss ja ich möchte jetzt nicht war mal so apfel da unten so zack zack einfach mal weil ich volle haben tp benötigen komplett volle da kann man ja auch verschwenden weil so jetzt speichern wir mal und gehen durch die tür das sieht sehr geil wichtig aus es sieht sehr interessant aus was haben wir hier nichts das scheint gut zu sein und den spiegel den haben wir schon aus dem ersten schloss wir sind wieder eine ebene weiter und wir treffen wieder auf dieselben namen gegner also hat sich hier nichts geändert außer dass wir in einem anderen raum stehen kriege ich das auch ab nein gut wow sogar mehrere gegner einmal können wir ja wischen das ist sehr gut also mache ich weiter und bäms verdammte leben noch verdammte seraphine ja komm schon komm schon komm schon jawoll teleport wenn es auch noch klappen würde jetzt auch noch der kack golem ja 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 bäms ja man wollte gerade aska rufen und wo sind wir jetzt er sieht auf jeden fall anders aus oder ich weiß nicht gehen wir mal hier lang hier lang eine truhe heilige flasche also wir sind auf jeden fall in einem anderen bereich und äh keine ahnung wo genau das macht das alles noch komplizierter jeder ausschluss ist größer als gedacht natürlich war ja auch verdammt riesig ich erinnere mich wie ich mit riker die verdammten laufen über aufs winder ewig lange gemacht habe das war auch eine lustige sache und dann oh gott scheiße ich muss ja ein schalter da unten am anderen arsch der welt drücken also zurück dahin dann wieder an den anderen arsch der welt wo wir eigentlich hin müssen und damit war endlich weiter können nochmal das ist hier so weniger ein widerstandsring wieder so ein schrott item so hier runter dann sieht so aus wie der erste hä hä also dieser raum ist verwirrend so euch mal direkt mit blanker nackter gewalt fertig flammflasche für mehr und gleich nochmal mit mehr schaden ja origin pixel match oder grafik fehler oder was auch immer und der grunde kriegt jetzt auch sein fett weg ja ja so muss das laufen so versuchen wir mal diesen raum hier irgendwie zu entziffern ach ach nö es wird Zeit Sklave ich werde euch mit dem lohn was du verdient hast deinen Tode ok kon kon du wirkst mal bitte valkyre und wo ist es hast genau jama und rake er legt schon mal dicke los und wenn ich dann auch noch hast abbekommen habe dann können wir hier die hütte rocken und wunderbar und seht euch mal den schönen schaden an gleich nochmal damit aua 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 scheiße teleport nicht so mein freund ok kon kann darüber lachen diesmal gehen wir ein bisschen geschickt an die sache ran kon du halt sie mal bitte sehr gut wenn ich die beiden dinger da hinten auf distanz halten kann und meine beiden magier da hinten schön zauber schleudern und konnten den schaden weg halt den sie durch ihre zauber verursachen dann nein ihr bleibt wo ihr seid zurück so bams 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 der erstes tot na das läuft doch schon mal viel besser als das erste mal riskiere ich den hier mal mit dem löwenbiss bams 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 b Abkratzen, Kollege. So. Jawoll. Da ist eine Karte dieser Etage. Hier steht, dass es einen Geheimgang in der Nähe einiger Stufen gibt. Aha, sehr interessant. Wir haben fast wieder eine Mille verdient. Geil. Wir gehen mal hier. Hier. Ein Geheimgang bei Stufen. So, so. Ne, da ist nur der Spiegel. Das heißt, wir müssen vielleicht hier hinein. Dann gehen wir mal da hinten durch diese Tür. Oh, ja. Euch mag ich auch. Geil. Damit hätten wir auch schon mal den nervigsten Gegner ausgeschaltet. Weil der Halt, der macht's. Unterstützungszauber, Nervzauber. Quasi die böse Con. Ich meine jetzt natürlich nicht on-air, sondern... Halt, ihr wisst schon, warte, ich meine. Oh ja, ich habe da einen aufs Maul gekriegt. Nass... Sehe ich nicht so gerne, wenn das als Standbild angezeigt wird. So, das sehe ich ihn wieder gerne. Jawoll. Sozusagen noch einen Todesstoß versetzen. Ah ne, hier war nur eine Truhe. Äh, wenn man jetzt hier hochlauft. Wo sind die Stufen? Nein, hier ist Scandal-Lehre. Ähm, hier runter. Aber jetzt... Mensch. Sind die Stufen der Tür gemeint? Okay. Mal zurück teleportieren. Natürlich, wir kriegen jetzt auch das Maul von der Seraphim. Oh, du Kack-Ding. Da kommt von... Jawoll, sie hat den Zauber abbekommen. Das gefällt mir. Alter, der Hammer, der nervt. Ich meine, kommen wir nutzen sie selber nicht. Wenn die Chance, dann wirklich unsere Debuff-Zauber treffen, die ist geringer, als die Chance der Gegner. Ich meine, wie oft regt man sich schon auf? Ja, ich vergifte die Gegner. Scheiße, wieder mal nicht vergifte. Warum vergiften mich die Gegner besser, als ich die Gegner vergifte? Und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel, ja. Jawoll. Und der Blitz geht ins Leere. Ich glaube, da wird das hier was gemeint, oder? Oder wo sind die Stufen? Achte, vielleicht... Keine Ahnung. Vielleicht wieder hier, oder... Hier. Hier sind auch Stufen, das heißt, hier könnte man es auch probieren. Ja. Oh ja, wieder die Linien. Ah, gut. Ah, der eine ist natürlich mal da so vorgeprescht, das gefällt mir. Aber egal, die drei, die kriegen da auch. Oh ja. Das sieht gut aus. Das sieht schön aus. Ja, machen wir da Ninjas Platz. Hä? Ach, der Hans-Roy. Hey, immer teleportier dich herum, das ist doch lästig. So. Teleport. Bäm. So, zwei Kampfe rumbekommen. Wofür? Keine Ahnung. Wir brauchen nur... Wo sind die Stufen, die... Ich lese mir nochmal diese Nachricht durch. Das ist eine Karte dieser Etat. Aber hier steht, dass es ein Geheimgang in der Nähe einiger Stufen gibt. Karte. Ein Geheimgang in der Nähe einiger Stufen. Und hier steht, dass es ein Geheimgang in der Nähe einiger Stufen gibt.